Bei der Bundeswehr. Der gefreite Müller ist kurz vorm Fallschirmabsprung. Da sagt der Hauptfeldwebel, wenn sie unten angekommen sind, dann holt sie der LKW ab. Müller springt, zieht die Leine, nichts passiert. Er zieht an der zweiten Leine, wieder nichts. Oh scheißbunt, nichts geht. Der LKW wird bestimmt auch nicht da sein.